Heute ist Montag, es ist allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet, was darf Satire? Zu dieser Frage haben sich in der vergangenen Woche zahllose Experten zu Wort gemeldet, aber wie sagt der große Valentin, es ist zwar alles gesagt worden, aber noch nicht von allen. Also jetzt ich. Die Frage, was Satire darf, wird immer wieder dann gestellt, wenn irgendein extrem Betroffener sich von eben dieser Satire in seinen höchstpersönlichen Gefühlen extrem verletzt fühlt. So wie der mutmaßlich radikal-islamistische Osnabrücker Kampfsportschulenbetreiber der einen Komödianten vom Niederrhein angezeigt hat, weil der den Satz gesagt hat, wenn man nicht wüsste, dass der Koran Gottes Wort ist, könnte man meinen, ein Mann habe ihn geschrieben. Und das hat den strengen Gläubigen aus der Osnabrücker Kampfsportschule dazu getrieben, den Komödianten vom Niederrhein nicht nur strafrechtlich zu verfolgen. Ja, habt ihr denn keine anderen Probleme in Osnabrück und am Niederrhein? Und vor allem könnt ihr euren Streit nicht irgendwo vor Ort austragen? Aber nein, die Beteiligten mussten diese läppsche Nummer unbedingt an die ganz große Bimmel hängen und schon war in den Redaktionsstuben der Republik der Teufel los. Also der aus dem Kasperle-Theater. Da wurde in den Leitartikeln, Zitat, die Aufklärung verteidigt gegen eine Religionsauslegung, welche die Ausübung des Grundrechts auf satirische Meinungsäußerung für Blasphemie hält. Und dann wurden sie wieder angeworfen, die ausgeleierten Gebetsmühlen von den religiösen Empfindungen und den blasphemischen Ketzereien. Ich sag Ihnen mal was. Von mir aus kann jeder glauben, was er glauben will. Zu Hause in seinen eigenen vier Wänden und in den von seiner Glaubensgemeinschaft betriebenen Kirchen, Tempeln oder Moscheen. Sobald er sich allerdings herausbegibt aus diesen zurecht geschützten Räumen und mir vorschreiben will, was ich zu tun und zu lassen, zu denken und zu reden habe, na dann gibt's ordentlich was auf die Mütze. Rein verbal versteht sich. Und da ist es mir auch völlig schnuppe, ob die Mütze jetzt eine Mitreintorbahn oder sonst einige weite Kopfbedeckung ist. Wissen Sie, im Laufe der Menschheitsgeschichte sind so viele gottlose Untaten im Namen irgendeines Glaubens begangen worden, haben so viele Hassprediger und falsche Propheten den Bagger aufgerissen, dass ich irgendwann zu dem Schluss gekommen bin, Die Frage nach dem einzig selig machenden Glauben ist für mich persönlich uninteressant. Aber natürlich kann ich die Menschen verstehen, die im Chaos der materiellen Welt auf der Suche sind nach einem höheren Wesen, nach Spiritualität, nach einer transzendenten Orientierung. Alles kein Problem. Wer suchet, der soll wegen mir auch finden. Und dann kann er glücklich werden. Nur andere zu ihrem Glück zwingen. Das kann er nicht. Das kann er nicht.